Hi, heute stelle ich euch die neue Baureihe von den Wassern Doppelintertern vor. Die neuen EWD-Modelle mit einer Drucktankgröße von bis zu 24,73 Zoll und einem Spitzendurchsatz von 15 Kubikmeter per Stunde. Diese EWD-Modelle eignen sich für große Wasserverbräuche, zum Beispiel für bis zu 40 Wohneinheiten. Insbesondere finden diese Anlagen Anwendung in der Industrie, im produzierenden Gewerbe, auf Campingplätzen oder in Autowaschanlagen. Überall dort, wo dauerhaft Weichwasser in großen Mengen benötigt wird. Wie immer bei LFS Cleantech finden Sie Spitzenqualität zu fairen Konditionen.